Ulrich Uli Hoeneß ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und späterer Funktionär und Unternehmer. Als aktiver Fußballspieler gewann Hoeneß in den 1970er Jahren mit dem FC Bayern München nahezu alle wichtigen Titel im Vereinsfußball. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. Nach seiner aktiven Karriere übernahm Hoeneß das Management beim FC Bayern und trug dazu bei. den Verein finanziell und sportlich zu einem der weltweit erfolgreichsten Fußballvereine auszubauen. Ab November 2009 war er Präsident des FC Bayern München e. v. seit März 2010 Vorsitzender des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG. Hoeneß wurde am 13. März 2014 von der 5. Strafkammer des Landgerichts München II wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Er trat daraufhin von seinen Funktionen als Präsident des FC Bayern München e. v. und als Vorsitzender des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG zurück. Seine Haftstrafe trat er am 2. Juni 2014 in der Justizvollzugsanstalt Landsberg an. Nach Verbüßung der halben Haftzeit wurde er am 29. Februar 2016 entlassen und die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Herkunft und Ausbildung Uli Hoeneß wuchs in konservativ und katholisch geprägten Familienverhältnissen als Sohn des Ulmer Metzgermeisters Erwin Hoeneß und dessen Ehefrau Paula Auf. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Dieter, der später ebenfalls Fußballprofi und Manager wurde, begann er in der Jugendabteilung des VfB Ulm mit dem Fußballspielen. Später wechselte er zur TSG Ulm 1846. Mit 15 Jahren wurde er Kapitän der Schülerauswahl des DFB. Bei Lehrgängen der Süddeutschen A-Jugendauswahl in der badischen Sportschule Schöneck teilte er mit Paul Breitner erstmals ein Zimmer. Zwischen dem Spieler der Jugendauswahl von Baden-Württemberg und dem Spieler der Bayern-Auswahl entwickelte sich eine enge Freundschaft. Ihre erste eigene Wohnung im Münchner Stadtteil Trudering bezogen sie gemeinsam. 1971 beendete er am Ulmer Schubert-Gymnasium die Schule mit dem Abitur. Vom Wehrdienst wurde Hoeneß freigestellt, weil ihm das Tragen eines Gefechtshemms Kopf- und Knieschmerzen verursachte. Hoeneß' Abiturnote betrug 2,4. Ursprünglich wollte er zum Wintersemester 1971 72. Betriebswirtschaftslehre studieren. Um an der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Studium für dieses Fach zugelassen zu werden, musste ein Bewerber damals einen Notendurchschnitt von mindestens 3,0 vorweisen. Als nicht-bayerischer Studienbewerber bekam Hoeneß jedoch einen Malus, so dass er dieses Fach mit einem Schnitt von nunmehr 3,4 dort nicht studieren konnte. So entschloss er sich zu einem Lehramtsstudium in Anglistik und Geschichte. Dieses brach er nach zwei Semestern ab. Spieler-Karriere Als 1,7-Jähriger war Hoeneß ab 1969 bereits fester Bestandteil im Amateurliga-Kader der TSG Ulm 1846, wo er in der Spielzeit 1969 70. mit 22 Toren erfolgreichster Vereinstorschütze wurde. 1970 folgte Hoeneß dem Ruf des neuen Bayern-Trainers Udo Latik, der neben Hoeneß-Paul Breitner und Reinhard Zobel zum FC Bayern holte. Am 15. August 1970 debütierte der 18-jährige Hoeneß beim 1 zu 1 in Stuttgart. In dieser Saison wurde er Stammspieler neben etablierten Spielern wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Mayer. Der FC Bayern wurde Wiesemeister und gewann den DFB-Pokal. Bis 1972 behielt Hoeneß den Amateurstatus, um an den Olympischen Spielen 1972 in München teilnehmen zu können. Hoeneß wurde Außenstürmer. Er lief 100 Meter in 11,0 Sekunden und galt eine Weile als schnellster lebender Stürmer Europas. Bis der sowjetische Linksaußen Oleg Bloche noch schneller lief. Gemeinsam mit Gerd Müller bildete Hoeneß das torgefährlichste Sturm-Duo der Bundesliga. Es erzielte ein 1971 Zweiundsiebzigstel und ein 1972 Zweiundsiebzigstel jeweils 53 Tore. Diese Marke wurde erst 2009 von Edin Dzeko und Grafitte um ein Tor übertroffen. 1972 bis 1974 gewann Hoeneß mit den Bayern dreimal die deutsche Meisterschaft. Auch international sorgten die Bayern für Aufsehen und gewannen 1974 den Europapokal der Landesmeister. Wobei Hoeneß im Wiederholungsspiel des Finales gegen Atletico Madrid Zweitreffer gelangen. 1975 und 1976 wiederholte der FC Bayern München diesen Erfolg. 1975 erlitt Hoeneß im Finale gegen Leeds United eine schwere Knieverletzung, die ihn über ein halbes Jahr einsatzunfähig machte. Ende der 1970er Jahre neigte sich die große Zeit der Bayern einem Ende zu und Hoeneß erreichte nicht mehr seine Spitzenform. In der Saison 1978-79 hatte er unter Trainer Güler Laurent seinen Stammplatz verloren und ließ sich für 200.000 Deutsche Mark zum 1. FC Nürnberg ausleihen. Hoeneß absolvierte elf Partien für die Franken, konnte nicht überzeugen und am Saisonende stieg die Mannschaft in die 2. Bundesliga ab. Ein Tor im Klubtrikot gelang ihm nicht. Im Frühjahr 1979 kehrte Hoeneß zu den Bayern zurück und beendete mit nur 27 Jahren seine Karriere aufgrund eines irreparablen Knorpelschadens. Als Nationalspieler Als Nationalspieler des DFB debütierte Uli Hoeneß im Jahr 1967 in einem Schülerländerspiel. Im Berliner Olympiastadion schoss er zwei Tore gegen England. Nach weiteren Einsätzen für DFB-Jugendauswahlen Die Amateur-Nationalmannschaft und die U23 gab Hoeneß am 29. März 1972 gegen Ungarn sein Debüt in der A-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Helmut Schön. Beim 2-0-Sieg erzielte er ein Tor. Einen Monat später spielte er mit der Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale im Londoner Wembley-Stadion gegen England und gewann dieses denkwürdige Spiel mit 3 zu 1. Hoeneß hatte stark gespielt, zum 1 zu 0 getroffen und wurde wie Breitner als Himmelsstürmer oder Zauberlehrling gefeiert. Dies war ein entscheidender Schritt zum Gewinn der Europameisterschaft. Im Sommer 1972 nahm Hoeneß in München an den Olympischen Sommerspielen teil. Während der Zwischenrunde kam es zum ersten Aufeinandertreffen zweier deutscher Fußball-Nationalmannschaften. 1974 war er Stammspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Er kam in allen sieben Spielen zum Einsatz. Einen Treffer erzielte er per Foul-Elfmeter in der Partie gegen Schweden. Gegen Polen hatte er ein Elfmeter verschossen, weshalb nicht er, sondern Paul Breitner im Finale gegen die Niederlande zum Elfmeter antrat. Am Ende wurde die deutsche Mannschaft Weltmeister. Mit erst 22 Jahren hatte Hoeneß damit alle wichtigen Titel gewonnen. Zwei Jahre später traf Deutschland im Endspiel der EM 1976 auf die Tschechoslowakei. Das Spiel endete nach Ablauf der regulären Spielzeit mit 2 zu 2. Nach einer torlosen Verlängerung folgte das Elfmeterschießen. Hoeneß schoss beim Stand von 3 zu 4 aus deutscher Sicht den vierten Elfmetern über das Tor. Die tschechoslowakische Mannschaft wurde, nachdem Antonin Panenka den fünften Elfmeter seiner Mannschaft zum 5 zu 3 verwandelt hatte, Europameister. Das EM-Finale 1976 blieb als Nacht von Belgrad in Erinnerung. Sein letztes Länderspiel absolvierte Hoeneß am 17. November 1976 bei einem weiteren Spiel gegen die Tschechoslowakei. Die deutsche Elf gewann das Spiel mit 2 zu 0. Bei seinen 35 Einsätzen für die Nationalmannschaft erzielte er fünf Tore. Europameister 1972 Vize-Europameister Europapokal der Landesmeister Weltpokal Deutscher Meister DFB-Pokal 1970-71 Karriere als Vereinsmanager Schon während seiner Zeit als Spieler vermittelte Hoeneß 1978 einen Sponsorenvertrag zwischen Bayern München und Magirus Deutz. Dadurch konnte Paul Breitners Rückkehr von Eintracht Braunschweig nach München finanziert werden. 1979 beendete Hoeneß aufgrund der Nachwirkungen einer Knieverletzung seine Spielerkarriere und wechselte am 1. Mai 1979 in das Management des FC Bayern München. Mit 27 Jahren wurde er so der jüngste Manager in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Zu der Zeit hatte der Verein einen Jahresumsatz von 12 Millionen Mark bei Schulden von 7 Millionen Mark. Bereits Hoeneß' erstes Jahr als Manager endete mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft der ersten seit sechs Jahren. Hoeneß war es gelungen, um das Duo Breitner-Rummenigge eine neue, schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. In der Folgezeit trug er maßgeblich zum wirtschaftlichen Aufstieg des FC Bayern bei. Hoeneß, der sich schon in den 1970er Jahren vom professionellen Merchandising in den USA inspirieren ließ, führte dieses Instrument der Verkaufsförderung bei Bayern ein, welches dem Verein fortan zusätzliche Millionen Einnahmen brachte. Unter seiner sportlichen Leitung stiegen die Bayern zum erfolgreichsten deutschen Fußballklub auf. Zwischen 1980 und 2008 wurde der Verein 16-mal deutscher Meister, 9-mal DFB-Pokalsieger, 6-mal Gewinner des Liga-Pokals und einmal UEFA-Pokalsieger. Im Europapokal der Landesmeister verlor der Verein die Finalspiele 1982, 1987 und 1999. Erst 2001 gelang der Titelgewinn. Damit fielen fast alle Vereinstitel in die Zeit von Hoeneß-Wirken als Manager. Hoeneß holte Trainer wie Udo Latik, Giovanni Trapattoni, Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klinsmann, Otto Rehagel, Luis van Gaal, Felix Magath, Jupp Heynckes und Pep Guardiola nach München. 2001 begann der Bau eines neuen Münchner Fußballstadions, das an die Stelle des Münchner Olympiastadions treten sollte und von Uli Hoeneß stark protegiert wurde. Die Allianz Arena wurde 2005 in Betrieb genommen. Sie zählt zu den größten und modernsten Fußballstadien der Welt. Seit April 2006 ist die FC Bayern München AG ihr alleiniger Eigentümer. Von 2002 bis 2009 war Hoeneß als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bayern München AG zuständig für alle Lizenzspielerangelegenheiten. Das Junior-Team, Sponsoring, Lizenzen und vertrat die AG in der Stadion GmbH. Ende November 2009 beendete Uli Hoeneß seine über 30 Jahre dauernde Tätigkeit als Manager des FC Bayern München, da er auf der Jahreshauptversammlung am 27. November 2009 zum Präsidenten des FC Bayern München e. V. und in den Aufsichtsrat der FC Bayern München AG gewählt wurde. Am 4. März 2010 wurde er in einer konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats zum Nachfolger von Franz Beckenbauer als Aufsichtsratsvorsitzender gewählt. Sein Nachfolger wurde Sportdirektor Christian Nerlinger, der die Position des Managers vom 1. Juli 2009 bis zum 2. Juli 2012 inne hatte. In den letzten Jahren bis 2013 trieb Hoeneß die Ökonomisierung des Fußballs in Deutschland voran. Titelgewinne während seiner Manager-Tätigkeit UEFA Champions League Weltpokal UEFA Pokal Deutsche Fußballmeisterschaft DFB Pokal DFB Super Cup 1987-1990 DFL Liga Pokal DFL Liga Pokal 1997-1998-1999 2000-2004-2007 Titelgewinne während seiner Präsidentschaft UEFA Champions League UEFA Super Cup FIFA Club Weltmeisterschaft Deutsche Fußballmeisterschaft DFB Pokal DFL Super Cup 2010-2012 Unternehmer Neben seiner Tätigkeit als Fußballmanager gründete Hoeneß 1985 gemeinsam mit Werner Weiß die heutige Hauwurstwaren in Nürnberg. Wobei Hau für Hoeneß und Weiß steht. Heute wird das Unternehmen von seinen beiden Kindern geleitet. Tochter Sabine ist Komplementärin und Sohn Florian hat Einzelprokurat über die Hauwurstwaren KG. Beliefert werden unter anderem Aldi, das Bier zählt von Feinkostkäfer auf dem Münchner Oktoberfest, testweise McDonalds sowie zahlreiche andere Lebensmittelkonzerne in ganz Europa. Im Juli 2010 präsentierte sich Hoeneß als Erfinder des Nürnburgers in einem Blog für die begonnene Kooperation mit McDonalds. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten kritisierte im Herbst 2010, das Unternehmen habe keinen Betriebsrat. Wende keine Branchen Tarifverträge an und setze zudem in großer Zahl Leiharbeiter ein. Dies gelte auch heute noch, so die Nürnberger NGG-Geschäftsführerin Regina Schleser. Steuerhinterziehung Stern Online behauptete am 16. Januar 2013, dass ein Spitzenvertreter der Deutschen Fußball-Bundesliga bei der Schweizer Privatbank von Tobel auf einem Nummernkonto mit der Bezeichnung 40.a einen dreistelligen Millionenbetrag an Schweizer Franken versteckt habe. In der gedruckten Ausgabe, die am Folgetag erschien, war die Rede von angeblich einer R-Tor-Personalie aus der ersten Fußball-Bundesliga. Nach späteren Berichten habe das Nummernkonto seit 1975 bestanden. Darüber seien zahlreiche Devisentermingeschäfte mit Volumen von 20 bis 30 Millionen Euro abgewickelt worden. Zeitweilig soll Hoeneß über Sicherheiten von mehr als 200 Millionen Euro verfügt und damit regelmäßig Transaktionen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich getätigt haben. 2003 soll Hoeneß 52 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet haben, 2005 78 Millionen. Binnen eines Jahrzehnts habe Hoeneß über 52.000 Transaktionen getätigt. Dabei handelte es sich überwiegend um Devisentermingeschäfte. Hoeneß habe die Aufträge telefonisch platziert. Das Vermögen sei bis 2010 größtenteils auf Nummernkonten bei anderen Banken abgezogen worden. Hoeneß galt zeitweise als wichtigster Kunde im Devisenhandel der Bank. Am Nachmittag des 15. Januar 2013 habe die Bank bei Hoeneß angerufen. Ein Stern-Redakteur recherchiere nach einem Prominenten aus dem Sportbereich und stelle blöde Fragen. Der Verlag Gruner Plus Jahr sowie ein Stern-Reporter wurden Ende März 2014 vom Landgericht Hamburg in erster Instanz dazu verurteilt, vier in der Zeitschrift zuvor verbreitete Aussagen zu unterlassen. Hoeneß hat sich laut seiner Aussage vor Gericht nach Kenntnis der Stern-Recherchen entschlossen, eine Selbstanzeige zu erstatten. Nach anderen Angaben wurde Hoeneß' Steuerberater am 16. Januar bei der Bank in Zürich auf die Recherchen aufmerksam gemacht. Laut eigenen Angaben habe Hoeneß über seinen Steuerberater am 12. Januar 2013 eine Selbstanzeige eingereicht. Dieses Datum stellte sich später als unwahr heraus. Ein Steuerberater, ein Wirtschaftsanwalt und ein langjähriger Sachgebietsleiter der Steuerfahndung München in Altersteilzeit. Gegen den deshalb ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, hätten Hoeneß dabei unterstützt. Nach einem anderen Bericht soll von Tobel Hoeneß gedrängt haben, sein gegenüber den deutschen Steuerbehörden nicht deklariertes Konto zu legalisieren. Die über Nacht zusammengestellte Anzeige wurde am frühen Morgen des 17. Januar 2013 bei der Bußgeld- und Strafsachenstelle in Rosenheim eingereicht. Das Finanzamt verneinte eine vollständige und einwandfreie Selbstanzeige, Voraussetzung für Straffreiheit, und leitete die Steuerakte routinemäßig an die Staatsanwaltschaft München II weiter, die spätestens am 1. Februar 2013 ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung aufnahm. Am 20. März 2013 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Hoeneß Haus am Tegernsee. Er wurde vorläufig festgenommen. Der mit Fluchtgefahr begründete Haftbefehl gegen Leistung einer Sicherheit von 5 Millionen Euro kurz darauf jedoch außer Vollzug gesetzt. Gleichzeitig wurden Hoeneß Büroräume beim FC Bayern München durchsucht. Nach Aussetzung des Haftbefehls musste sich Hoeneß regelmäßig bei der Polizeiinspektion Bad Wiese melden. Am 20. April 2013 wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch eine Vorabmeldung des Magazins Fokus öffentlich bekannt. Wegen Verletzung des Steuergeheimnisses erstattete Hoeneß Strafanzeige gegen Unbekannt. Nachdem die Suche nach dem Informanten zunächst ohne Ergebnis verlief. Durchsuchten am 23. Januar 2014 Beamte das Finanzamt Miesbach und ein Rechenzentrum der Finanzverwaltung. Das Verfahren wurde im August 2014 eingestellt, da sich kein konkreter Verdacht gegen einen bestimmten Amtsträger habe ermitteln lassen. Ebenfalls am 20. April 2013 bestätigte Hoeneß die Existenz des Kontos, widersprach aber der Größenordnung der Einlagen. In der turnusmäßigen Sitzung des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG am 6. Mai 2013 der ersten nach Bekanntwerden der Selbstanzeige bot Hoeneß an, sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender ruhen zu lassen. Der Aufsichtsrat lehnte dies ab. Im ersten Halbjahr 2013 wurden in Deutschland mehr als 8.000 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung erstattet, mehr als im gesamten Vorjahr. Die Berichterstattung über den Fall Hoeneß gilt neben dem Ankauf von Steuersünder, CDS und veränderten Geschäftspraktiken ausländischer Banken. Dafür als ein wesentlicher Faktor. Am 30. Juli 2013 erhob die Staatsanwaltschaft München zwei Anklage gegen Hoeneß. Das Landgericht München zwei ließ die Anklage am 4. November 2013 zu. Hoeneß kündigte auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München Mitte November 2013 an. Nach dem Urteil die Vereinsmitglieder in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über seine Zukunft an der Spitze des Vereins entscheiden zu lassen. Hoeneß gab an, seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Allianz Beratungs- und Vertriebs AG zum 30. November 2013 niederzulegen. Die öffentliche Hauptverhandlung begann am 10. März 2014 vor der 5. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München zwei. Es wurden vier Verhandlungstage im Münchner Justizpalast angesetzt. Die Anklageschrift warf Hoeneß die Hinterziehung von 3,5 Millionen Euro Steuern aus Kapitalerträgen vor. Weitere Steuerschulden aus Währungswetten bezifferte die Verteidigung am ersten Prozesstag auf mindestens 15 Millionen Euro. Die zuständige Steuerfahnderin bezifferte die Steuerschuld am zweiten Prozesstag anhand von Bankunterlagen auf 27,2 Millionen Euro. Mit Solidaritätszuschlag ergab sich daraus eine Steuerschuld von 28,5 Millionen Euro. Die Steuerschuld wurde am dritten Prozesstag von Hoeneß-Verteidiger Hans Feigen anerkannt, verbunden mit dem Hinweis, dass sämtliche Zahlen bereits in der Selbstanzeige aus dem Januar 2013 enthalten gewesen seien. Dem widersprach der Sprecher der Staatsanwaltschaft. In den Schlussplädoyers am 13. März 2014 stufte zunächst die Staatsanwaltschaft Hoeneß' Selbstanzeige als unwirksam ein und forderte eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Hoeneß' Verteidiger argumentierte am letzten Verhandlungstag hingegen, dass eine wirksame Selbstanzeige nur knapp verfehlt worden sei und plädierte dafür, dass maximal eine Bewährungsstrafe verhängt werden solle. Mit dem am vierten Prozesstag verkündeten Urteil sprach die Strafkammer des Münchner Landgerichtshoenes der Steuerhinterziehung in sieben Fällen in Höhe von 28,5 Millionen Euro für schuldig und verurteilte ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Sie stufte seine Selbstanzeige als ungültig ein. Am 30. Oktober 2014 veröffentlichte das Landgericht München II die anonymisierte und unter dem Vorbehalt des Steuergeheimnisses gekürzte Urteilsbegründung. Das 50-seitige Dokument listet die in den Jahren 2003 bis 2009 Steuer- und strafrechtlich relevanten Gewinne aus Jevisentermingeschäften sowie die jährlichen Beträge der Steuerverkürzung auf und gibt einen Überblick über den zeitlichen Ablauf der Steueraffäre, soweit dieser gerichtlich feststellbar war. Hoeneß erklärte am 14. März 2014, keine Revision einlegen zu wollen. In einer persönlichen Erklärung sprach er vom Fehler meines Lebens, dessen Folgen er sich nun stelle, da das seinem Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung entspreche. Er werde deshalb als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern München zurücktreten. Auch die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel. Damit wurde das Urteil mit Haftstrafe gegen Hoeneß rechtskräftig. Im Zuge der Steueraffäre trat Hoeneß von seinen Funktionen als Präsident des FC Bayern München e. V. und als Vorsitzender des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG zurück. Sein Nachfolger wurde Karl Hopfner. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 2. Mai 2014 gab Hoeneß bekannt, nach Ablauf seiner Haftstrafe in offizieller Funktion zum FC Bayern zurückkehren zu wollen. Am 2. Juni 2014 trat Uli Hoeneß seine Haft in der Justizvollzugsanstalt Landsberg an. Laut einem Presseartikel zu Beginn in der Krankenabteilung der JVA. Dies beinhalte U. A. weniger strenge Haftbedingungen hinsichtlich Verpflegung und Unterbringung. Wegen einer Herzoperation verbrachte Hoeneß einige Tage in einer Klinik. Danach wurde er in den normalen Vollzug eingegliedert. Dieser beinhaltet U. A. Arbeit in der Kleiderkammer der Vollzugsanstalt. Er beglich seine restliche Steuerschuld in Höhe von 30 Millionen Euro. Am 20. September 2014 wurde Hoeneß erstmals ein Tag Hafturlaub gewährt. Nachdem er Weihnachten und Silvester 2014 zu Hause verbringen durfte, war Hoeneß ab dem 2. Januar 2015 im offenen Vollzug. Er arbeitet als Assistent der Abteilungsleitung Junior Team im Nachwuchsbereich des FC Bayern München. Laut einem Pressebericht von Mitte Juni 2015 soll Hoeneß als Hafterleichterung an fast allen Wochenenden bei seiner Familie übernachten dürfen. Am 18. Januar 2016 gab das Landgericht Augsburg bekannt, dass seine Haft zum 29. Februar endet, wonach er vorzeitig entlassen wurde und der Rest der Haftzeit zu einer dreijährigen Bewährungszeit ausgesetzt wird. Die zuständige Staatsanwaltschaft in München verzichtete auf einen Widerspruch gegen diese Entscheidung. Hoeneß kam damit nach Verbüßung der halben Haftzeit frei. Das Überbrückungsgeld, das Hoeneß zusteht, d. h. Seinen Arbeitslohn für die Zeit seines Freigangs, spendete Hoeneß vollständig. Kontroversen Beziehungen zu Kollegen Christoph Daum 1986 bis 1990 und 2006 bis 2009 Cheftrainer des 1. FC Köln begann 1989 einen Verbalkampf gegen den FC Bayern, der im aktuellen Sportstudio am 20. Mai 1989 seinen Höhepunkt fand. Ein Jahrzehnt später folgte Daums sogenannte Koks-Affäre. Am 17. Dezember 2006 heizte Hoeneß in der Sendung Doppelpass den Konflikt mit dem gerade erneut in Köln angetretenen Trainer durch die Äußerung. Christoph Daum ist ein Selbstdarsteller mit einem außergewöhnlichen Hang zum Größenwahn wieder an. Hoeneß hatte Auseinandersetzungen mit Willi Lemke, dem langjährigen Manager von Werder Bremen, der den FC Bayern als Totengräber des deutschen Fußballs sah und Helmut Krug, ehemaliger deutscher FIFA-Schiedsrichter, dem Hoeneß vorwarf, dass er den FC Bayern verpfiffen habe. In einem Interview mit der Münchner Boulevardzeitung Abendzeitung im Herbst 2000 hatte Hoeneß den designierten Nationaltrainer Christoph Daum ins Zwielicht gerückt. Der DFB kann doch keine Aktion, keine Macht den Drogen, Staaten und Herr Daum hat vielleicht damit etwas zu tun, so Hoeneß wörtlich. In diesem Zusammenhang fielen auch die Worte vom verschnupften Daum, mit denen Kokain-Konsum umschrieben wurde. Es folgte ein weitreichendes Medienecho. Über eine Woche wurde Hoeneß beschimpft. Hoeneß behielt letztlich Recht. Das Ergebnis einer von Daum selbst veranlassten Haaruntersuchung auf Kokain-Konsum fiel positiv aus. Der DFB trat daraufhin von der Vereinbarung zurück, Daum sollte 2001 neuer Bundestrainer werden.